Deswegen, die nächste Aufnahme wird auf dem Hive-Server stattfinden und da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, es wird endlich wieder mehr Videos geben, denn ich habe ja im letzten Video gesagt bei der Kanalvorstellung, dass mal wieder hier als mehr Videos kommen werden. Und ja, die Mikroqualität ist jetzt gerade auch nicht die beste. Lange Zeit liegen mein Mikro nicht richtig. Und zu Weihnachten werde ich wahrscheinlich ein neues Mikrofon bekommen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Da wird die Mikroqualität dann um einiges besser. Und wir spielen jetzt einfach hier gerade eine Runde auf Timolia-Server One vs. One und schauen mal, ob wir hier ein paar klatschen können. Auf jeden Fall will ich mich nochmal entschuldigen, dass solange keine Videos kommen. Ich weiß, es war echt schlecht, aber wir hatten auch drei Arbeiten von der Schule aus und ich musste dauernd lernen Bio, Physik und Religion und das war halt auch nicht gerade das einfachste Thema. Und deswegen habe ich da halt oft gelernt und deswegen kamen auch keine Videos. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Und ja, aber es sind eh bald Weihnachtsfeierungen. Und von daher werden jetzt wieder regelmäßig Videos kommen. Vielleicht in den Weihnachtsfeiern sogar jeden Tag. Es gibt, also es wird ein Special zu Weihnachten geben. Das ist völlig klar. Es wird auf jeden Fall ein Special zu Weihnachten geben. Und ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Es ist so ähnlich wie das Halloween Special. Also ich hatte ja so ein Halloween Special. Und ich werde auch mit dem lieben Gausser den noch aufnehmen in den Weihnachtsfeiern. Dann habe ich auch endlich mal Zeit. Und naja, bis jetzt haben wir gerade keine einzige Runde verloren. Wir hatten gerade nur noch ein halbes Herz. Und ich glaube, ich tue gleich mal Kids auf Dings machen. Wir haben jetzt auch unterschiedlich, damit wir auch mit den anderen spielen. Und das hat mir mal jemand gesagt, das stört euch ein bisschen, das hier. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Vielleicht stört euch jetzt nicht ganz so viel. Den werden wir jetzt einfach mal hier probieren zu klatschen. Ich habe auch offen in den Kommentaren bekommen, im letzten Video bei Kanalvorstellung, dass ich denjenigen pushen würde, also den Gauss HD und dass ich scheiß Werbung mache für den Kanal. Und dazu will ich einfach nochmal sagen, es kam von mir aus, dieses Video zu machen. Gauss HD wusste davon gar nichts. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie viel Potenzial andere Kanäle haben. Und ja, müsst ihr halt verstehen. Ich bringe das auf meinem Kanal, was ich bringen möchte. Und das ist ja mein Kanal, also kann ich damit machen, was ich möchte. Und ja, das ist es halt. Ich mache einfach auf meinem Kanal, bringe ich, was ich möchte, wenn ich das nicht bringen möchte. Zum Beispiel, wenn ich mich irgendwann zum Projekt zwingen möchte, werde ich das auch nicht bringen, weil das sehe ich dann ja nicht ein. Von daher, ich mache das ja freiwillig und auch Spaß. Und der ist gut, der ist gut, der Spieler ist gut. Ich bekomme den. Oh, jetzt war ich gerade schlecht. Ja, okay, er hat ja noch ein halbes Herz. Ich war gerade richtig schlecht. Auf jeden Fall, ja, werden dann in den Weihnachtswerden, wie gesagt, in den Videos kommen. Es wird EG, SG, Quick SG und natürlich wird auf jeden Fall, ich werde probieren. Leute, ich werde es wirklich probieren. Ich werde probieren, zum ersten Mal auf diesem Mal aufhören. Was labert er? Ich werde probieren, wow, jetzt war ein Leck. Ich werde probieren, auf den Hive-Server aufzunehmen und für euch eine SG-Runde aufzunehmen, weil ganz viele, ach scheiße, ganz viele von uns, ganz viele von euch wünschen sich SG auf dem Hive-Server. Und ja, ihr wisst meine Meinung, ich mag Hive-Server jetzt nicht wirklich, aber, ähm, doch, ich werde da auch spielen. Ihr wünscht es euch, ihr bekommt es. Deswegen, die nächste Aufnahme wird auf dem Hive-Server stattfinden und da könnt ihr euch richtig drauf freuen. So, den hatten wir auch noch. Und ich würde sagen, wir machen noch so ein paar Runden. Ähm, ich spiele die ganze Zeit immer noch mal mein Kind, das ist echt scheiße. Auf jeden Fall probieren wir hier gerade mal die Gegner ein bisschen klatschen zu können. Die anderen liegen gerade nicht, okay. Okay, so, komm her. Komm, 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 komm. Wie kommen wir denn? Ich weiß es gar nicht. Boah, ich bin so froh, wenn ich ein neues Mikro bekomme, Leute. Ich bin da so froh. Okay, den haben wir noch bekommen. Aber ein neues Mikro, neue Audio, weil die jetzige Audio ist ja echt eine Katastrophe, würde ich sagen. Gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich bin mir auch mit oft Kommentaren geschrieben, ich brauche mal ein neues Mikro. Und ja, dann ist es endlich soweit. Und den, ja, okay, das ist immer noch der, der ist. Richtig schlecht. Ja, der ist schlecht. Ja, komm doch, komm. Ich spiele ein bisschen mit ihm. Ihr seht, ich laufe wieder zurück neben die Angel. Okay, das hat jetzt nicht geklappt. So, mal wieder angeln. Oh Gott, der blinkt's einfach nicht. Der ist ein bisschen, ist ein bisschen komisch. Ähm, jetzt mach ich mal ganz kurz hier noch ein. Egal, okay. Super, das geht. Okay, das sieht ja schon ganz anders da aus. Jetzt haben wir ja auch andere Sachen. Und was haben wir denn für Speed? Oh mein Gott. Krass. Das sieht bei euch jetzt bestimmt übel krass aus, wenn ich da gerade so renne. Und ich werde ja auch neue Texturen nehmen, also neue Texturepacks. Weil, ähm, ich werde auch mal wieder was anderes nehmen, die ich die ganze Zeit. Das hier. Hitblocken. Was hit, das hitblocken ich denn da jetzt? Und er wollte, hä? Okay, 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 so, so. Die war besser gesetzt als seine. Und dann ist er auch dauernd. Okay, das war jetzt gerade sehr komisch. Und, ähm, oh nein. Super, das ist ja die letzte, die letzte Runde. Und dann, ähm, war's das auch. Super, das wird was. Ähm, ich kann Super, das wird was. Super, das wird was. Ich glaube auch nicht, dass er's kann, oder? Mal schauen. Was macht er da? Äh, ja, okay. Das war jetzt die schnelle Runde. Kommt noch eine. Nee, weil das war ja gerade gar nix. Wir wollen zum Schluss noch eine richtig spannende, oder eine richtig gute Runde. Okay. Interessant. Wir haben eine andere am Feuerzeug, was wir immer mehr haben. Und der hat ein sehr cooles Ding. Und er ist glaub nicht, er ist glaub gut. Glaub ich, ich weiß es nicht. Jo, es hat so gelebt, ohne Scherz. Jetzt hat's gerade richtig gelebt. Jetzt hat's gerade richtig gelebt. Jetzt kommt der. Hä? Ich, ich, kommt der, kommt mir da rein? Oh, schade, schade, schade. Ah. Okay. Er will mich ansütteln, ist ja klar. Oh. Glaubst du, ne? Glaubst du? Er schafft's aber nicht. Aber ich schaff's, ich schaff's. Scheiße, ich bin aber fast dauernd. Ja, okay. Das war's halt. Den Kampf werde ich nicht schaffen. Den Kampf werde ich leider nicht schaffen. Außer, außer, ich hab jetzt noch richtig Glück. Oh Gott, jetzt Junge, der ist dabei jetzt selber schon, dass er nicht gewonnen hat. Okay, Leute, auf jeden Fall, das waren ein paar kurze Infos. Und ich würde sagen, wir sind uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und jo, tschüss. Tschüss. Tschüss.